Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Und zwar gibt es heute ein Video, das sich um Essen dreht. Ich will euch einfach mal zeigen, was ich so an einem Tag esse, weil das teilweise echt viel ist, wie man an meiner Figur wahrscheinlich sehen kann. Ja, ich würde jetzt mein Frühstück machen. Wir haben gerade 11.22 Uhr. Es ist ziemlich spät. Eigentlich esse ich schon früher. Aber ich habe heute frei, deswegen. Was gibt es? Ich zeige es euch gleich. So, mein Frühstück ist ein Sandwich mit Schmelzkäse und Bacon dazu. Schön im Sandwich Maker gemacht. Wir machen jetzt mal den Käsetest. Okay, ich hätte jetzt erwartet, dass es Fäden zieht, aber von innen Bacon mit Schmelzkäse. So, als nächstes zum Mittagessen gibt es einen alten Döner. Den teile ich hier mit meiner Schwester. Bester Döner Stuttgarts. Laut Google-Wertungen. So, Leute, als kleiner Zwischenstock haben wir jetzt Cheatops Zwischensnack. So, Leute, ich habe jetzt gerade mit meiner Schwester eine Challenge gedreht. Aus diesem Grund esse ich jetzt... Boah, das ist ja so cringe irgendwie. Esse ich jetzt Babyessen. Also nicht wundern, es war eine Challenge mit meiner Schwester, sonst esse ich das ja eigentlich nicht so jeden Tag jetzt. Aber ich mag es sehr, muss ich sagen. Mein letztes Essen für den heutigen Tag. Ein Brötchen mit Blutenbrust und Gouda. So, das war's auch schon mit dem What I Eat In A Day. Ich denke, diese Serie wird jetzt öfter kommen. Ich denke, das ist ganz spannend. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.